Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute werde ich wieder, wie man sieht, joggen und wo ich hier rumlaufe, heute nicht mehr in Berlin übrigens, nicht mehr in Berlin, wo ich hier rumlaufe, erzähle ich euch gleich, nach dem Intro. Wow. Ich bin heute wieder sozusagen in der Nähe meines Wohnorts unterwegs. Und da hinten, da vorne, da ist Edstein-Darsbach. Das ist der Ort, wo ich hier langlaufe. Da muss man auch mal gewesen sein. Ja, und ich habe heute vor, etwa acht bis zehn Kilometer zu laufen. Wenn ich das geschafft habe, bin ich froh. Jetzt bin ich im Taunus. Taunus ist ganz wichtig. Und wenn ich das geschafft habe, heute acht bis zehn Kilometer, bin ich froh, ist alles gut. Da habe ich mein Pensum erreicht. Bin heute aus Berlin gekommen. Letzter Sportvlog war ja in Berlin. Wenn man es verfolgt hat, kann man nochmal gucken. Und ich bin sechs Stunden im Auto rumgeguckt. Und jetzt, bevor ich irgendwie nochmal auf der Couch einpenne, habe ich mir gedacht, und der Abend viel zu früh zu Ende ist, gehe ich nochmal laufen und halte mich wach damit. Dann kann ich richtig schlafen später. Ja, also, ich schlafe mal weiter und dann werde ich mich gleich. Schau mal, da der Punkt. Wo ist er? Da der Punkt, das ist der Mond. Ja, das ist der Mond. Es dämmert schon. Ich bin trotzdem noch am Laufen und bin jetzt bei dreieinhalb Kilometer ungefähr. Dreieinhalb Kilometer habe ich hinter mir. Mal gucken, wie weit ich noch komme und wie dunkel es eigentlich noch wird. Da habe ich gerade ein bisschen Sorge, weil es geht echt rasisch schnell am Ende. Ich gucke mal. Aber die acht bis zehn schaffe ich schon. Mittlerweile ist es schon ganz schön dunkel. Ich bin jetzt bei fünfeinhalb Kilometern ungefähr. Und ich werde das noch zu Ende bringen heute hier. Aber mal gucken, wie dunkel es am Ende wird. Es wird echt interessant sein. Hoffentlich sehe ich noch irgendwas. Naja, also, ich bin dabei. Ich bin dran und ich bleib dran. Bis gleich. Es ist mächtig dunkel geworden. Mann oh Mann. Ich habe die zehn Kilometer gleich absolviert. Hinter mir sind wir den Mond. Ja, ich habe die zehn Kilometer gleich absolviert und dann ist alles gut. Ich melde mich gleich nochmal irgendwo unter einer Lampe. Bis gleich. Ja, da geht die Lampe an. Die nächste müsste auch gleich angehen. Und zack, genau. Ja, das war mein heutiger Sportvlog mit Jogging. Knapp über zehn Kilometer gemacht. Alles cool. Im Dunkeln am Ende. Aber macht nichts. Kann man auch machen. Ich sage, cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Wir sehen uns. Bis dann. Wir sehen uns. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.